Ja chill einfach eine Runde in der Sonne. Es ist halb 1 nachmittags am 7. Januar 2014 und wir haben gefühlte 20 Grad. Alles klar. Ich werde jetzt in die Werkstatt gehen und ein Vogelhäuschen bauen. Ich würde zwar lieber noch ein bisschen chillen, aber... Vogelhäuschen. 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 Let's go. So, jetzt kann man sagen, willkommen in Stephans Holzwerkstatt. Als erstes schneide ich die Grundplatte. Die wird quadratisch, deswegen habe ich die Breite von dem Brett abgenommen auf meinen Parallelanschlag. So, die Grundplatte ist fertig. Quadratisch. Als nächstes schneiden wir die Seitenteile. Die gestalten sich ungefähr so. Hier kommt ein kleiner Sicherheitshinweis vom Sicherheitschecker. Wenn euch sowas passiert, niemals, niemals in das laufende Blatt mit dem Finger fassen. Abschalten, warten, rausziehen, alles ist gut. Die Zeit haben wir gerade noch. Nächsten Schritt markieren wir uns das Dach. Die Hälfte was ungefähr 14,25 ist. Und es soll ein 90 Grad wirkliches Dach sein, deswegen gehen wir den selben Abstand, 14,25. Dann verbinden wir die drei Punkte. Was sagt man dazu? 26,5. Und hier haben wir unsere beiden Dachhälften. Von meinem letzten Schnitt ist ein wunderbares Reststück übrig geblieben. Und daraus werde ich jetzt die beiden Futter herausfall Begrenzer bauen. Diese beiden Dinger. Ich stelle beide Außenwände auf dieselbe Seite, lege das Stück auf, halte dieses wiederum fest. Tada. Und nachdem wir jetzt selbstverständlich von diesem Ding zwei brauchen, weil wir zwei offene Seiten haben, müssen wir das Ganze der Länge nach noch teilen. Aber was ihr hier seht ist nicht so gut. Hier fehlt was. Wer kennt sich aus? Na? Der Spaltkeil exakt. Der fertig installierte Spaltkeil sollte ungefähr so aussehen. Damit das Vogelhäuschen eine schöne glatte Oberfläche bekommt, wollen wir jetzt die Einzelteile schleifen. Und zwar machen wir das am besten auf einer Arbeitsbank, die sauber ist. Also nicht so wie meine, sondern ungefähr so. Ja. Wenn mal alles so einfach wäre. Ich frag mich wo das ganze Zeug jetzt hin ist. Äh. Okay. Forget it. Ich hab mich entschieden, ich lass die Fenster und diesen ganzen Spaß von meinem Plan lieber weg. Und zwar aus dem einfachen Grund, wenn wirklich irgendwann mal der Winter kommt. Was momentan nicht danach ausschaut. Das hier ist unser aktueller Winter. Aber falls ja doch kommt der Winter. Und ich hab hier so riesengroße Fenster. Und es schneit und geht ein bisschen in den Wind. Dann ist die Chance, dass hier in das Vogelhäusl rein schneit größer. Als wenn ich hier zulassen würde. Deswegen mach ich die Seitenwände zu. Dann sind die armen Vögelchen ein bisschen besser geschützt. Außerdem bin ich ein faules Sau. Ich breche Fenster und habe eine lösung. Und ich mach ich lieber. Einmal Tja. Ich hab mich dazu. Ich hab mich dazu. Ich hab mich dazu. Ich hab mich dazu. Servus Stefan. Grüß dich. Hey Stefan, Servus. Cool, du baust ein Vogelhäuschen. Das ist ja praktisch. Das wollte ich auch gerade machen. Vielleicht solltest du noch die Kanten ein bisschen brechen. Wäre vielleicht nicht schlecht. Das sind ziemlich scharfkantig. Du hast recht. Stimmt. Ich habe eine gute Idee. Du baust es fertig. Und ich mache es mir dann bei dem Garten gemütlich. Bei dem vollen Wetter. Stefan hat recht. Stefan hat immer recht. Gut, dann schleifen wir mal noch ein bisschen. Bis dahin. Tschaußen. Tschaußen. Wie der gute Stefan gerade eben bemerkt hat, sollten wir vielleicht unsere Kanten noch ein bisschen brechen. Die sind echt noch relativ scharf. Ich glaube, ich muss mal nachschauen, was die V der Ratte da draußen so treibt. Dann zeigen wir ihm mal, was wir geschafft haben. Boah, ist das ein Wetter. Unglaublich. Leute, kommt nach Deutschland. Das ist der deutsche Winter. Da sitzt der ja schon, der faule Hund. Hey, Stefan. Servus. Hey, Stefan. Servus. Ich bin fertig. Willst du mal sehen? Oh, cool. Zeig mal her. Ich würde sagen, alles Gute zum Geburtstag, Lukas. Ciao. 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 Ciao.